Freunde, ich hab da was für euch. Das HTC Ultra U ist das aktuellste Smartphone aus Taiwan, zumindest von HTC. Und in diesem Video wollen wir es uns angucken. Wir packen es aus, schauen was in der Verpackung ist. Es gibt einen ersten Eindruck und alle wichtigen Informationen. Dazu muss das Gutsstück natürlich ausgepackt werden. Das hier ist die Verpackung, die die üblichen, ich sag mal, HTC Formate hat. Das heißt, wir haben diesen Eierkarton, sag ich jetzt mal, in der recht quadratischen Form. Vorne steht drauf, welches Modell es ist. Hinten alle wichtigen Specs, dazu gleich aber natürlich noch mehr. Wir haben die 64 GB Version in schwarz. Auf den Bauch gelegt, dann schnell einmal hier geschnitten und einmal da geschnitten, um die Folie außenrum abzumachen. Denn wir wollen ja sehen, was findet sich denn nun in diesem Karton. Der Karton ist ziemlich schön gestaltet. Vorne sehen wir eine Silhouette des Gerätes, unten drunter nochmal Altron HTC. Und je nachdem, wie ihr das Ganze haltet, leuchtet das dann eben ähnlich wie auch das Smartphone. Also, genug gequatscht, Deckel ab und den SAR-Wert kurz gezeigt. Und da liegt es natürlich ganz oben, das Smartphone, wie man das so kennt. So, zack, auch das nehmen wir raus. Das kippen wir zur Seite, das ist der einfachste Weg. Legen es kurz rüber, nehmen diesen Zwischenschuber oder Zwischenschieber raus und sehen, okay, da liegt einiges ein bisschen davon auch versteckt. Wir nehmen also alles raus, was links ist. Einmal diese kleine Hülle. Wir gucken gleich natürlich nochmal genauer ran und sehen, rechts liegt dann nochmal viel, viel mehr. Also auch das alles raus. Nochmal geguckt, ob wir wirklich alles haben. Also auch das SimEject Tool, das hier ganz nett eingearbeitet wurde. Und dann Karton weg. So, da ist eine Menge dabei. Wir starten mit diesem kleinen Putztuch. Ich habe hier noch einen HTC-Putzstuch von früher rumliegen. Ist ein nettes Teil. Dann gibt es noch ein paar Sticker zum Einsenden, wenn es Probleme gibt. Und diese kleine Übersicht. Wo ist welche Taste? Wie legen wir die Karten ein? Und schneidet euch die Karte am besten nicht selbst zu. So, dann noch ein bisschen was zur Garantie in vielen verschiedenen Sprachen. Lass das jetzt mal so 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ungefähr sein. Nein, das kommt weg. Dann Limited Warranty Statement. Noch ein paar Informationen wieder in vielen Sprachen. Dann haben wir noch ein paar Safety and Regulatory Guide. Was steht da? Genau. Also viel Pappkram, viel Lesekram. Und mitgeliefert wird außerdem eine Hülle. Das ist ein Hartschalen-Case. Ist transparent. Finde ich eine ganz nette Sache. Denn so ein bisschen glitschig ist das HTC U Ultra dann doch. Okay, also das alles haben wir hier auch noch mit drin. Da ist natürlich einmal der Charger, das Netzteil. Sehr nett ist, dass Quick Charge 3.0 unterstützt wird. Bedeutet, der Akku, der 3000 mAh hat, dürfte ziemlich schnell geladen werden. Weiter geht es dann natürlich noch mit einem Kabel. Und zwar USB Type-C ist hier mit an Bord. Und zwar Version 3.1. Natürlich muss es geladen werden. Deshalb auch das Kabel. Damit schließt er es auch an den PC an. Zack, weg damit. Und wir haben Kopfhörer mit dabei. Mit HTC U Sonic Technologie. Bedeutet, das soll sich an euer Ohr genau anpassen. Und die Umgebungsgeräusche ausblenden. Über USB Type-C funktioniert das Ganze dann aber nur. Und auch mit dabei, ihr habt es eben gesehen, das SIM-Inject-Tool, um dann den Slot rauszunehmen für die Nano-SIM und die Micro-SD-Karte. Natürlich lässt sich der Speicher hier erweitern. Da, zack, ist das Gerät auch schon. So, schaut das von vorne aus. Fingerprint und Power-Key sind dort zu finden. Hinten sehen wir dann nochmal, wie wir genau den Schieber rausholen, beziehungsweise den Slot. Und was wir jetzt machen wollen, ist natürlich das gute Stück auspacken. Also oben einmal angepackt und dann nehmen wir diese Folie ab. Und, zack, hier klebt das noch ein bisschen, da hängt es. Und jetzt haben wir es zum ersten Mal wirklich in der Hand. Sehr interessantes Design, sehr interessantes Gerät. Ich habe es heute zum ersten Mal in der Hand. Es ist eine Mischung aus Metall am Rahmen und vorne und hinten Glas. Den Übergang spürt man aber nicht. Das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Wir gucken uns die Front an. Wir haben ein 5,7 Zoll großes QHD-Display. Mit einem S-LCD-Panel ist es mit QHD-Auflösung. 170 Gramm wiegt das gute Stück. Man merkt auf jeden Fall, dass man da was in der Hand hat. Vorne kommt dann eine Besonderheit. Wir haben noch ein zweites Display über dem normalen Display. Und wir haben hier einen von zwei BoomSound Hi-Fi-Lautsprechern. Bedeutet, wir haben einen oben in der Hörmuschel. Und unten drunter findet man noch einen. Im Homebutton finden wir dann auch einen Fingerprint-Reader und die zwei üblichen Tasten. Und auf der Rückseite gibt es natürlich die Kamera. Daran hat HTC stark gearbeitet. 12 Megapixel mit Ultra Pixel 2 Technologie. F1,8 Blende und optische Bildstabilisierung sind mit dabei. Und Videos können wir in 4K aufnehmen. Dazu natürlich noch verschiedene Autofokusse, Laser und Face Detection zum Beispiel. Der zweite Lautsprecher befindet sich dann unten. Bedeutet einer in der Hörmuschel, einer unten. Und oben finden wir dann, wie gesagt eben angesprochen, den Slot. Und hier kommen dann die Nano-SIM und die Micro-SD-Karte rein. Dual-SIM soll es in Europa nicht geben. Auf der rechten Seite gibt es die Lautstärkwippe und die schraffierte Ein-Aus-Power-Taste. Da fühlt man sofort, welche Taste man denn braucht. Und auf der linken Seite seht ihr, gibt es gar nichts. Nur oben einen kleinen Antennenstreifen. Okay, so viel dazu. Die Kamera steht ein ordentliches Stückchen raus. Das erinnert mich so ein bisschen an 2015, 2014. Hinten noch ein Sekundärmikrofon zur aktiven Geräuschunterdrückung und eben diese Glasrückseite, die wirklich, wirklich schick ist. Wir gehen noch einmal rund um das Gehäuse, um zu sehen, dass der USB-Type-C-Sprecher noch da ist. Und natürlich ein Mikrofon, genauso wie oben noch ein Mikrofon ist. Insgesamt sind vier Mikrofone im HTC U Ultra verbaut. Okay, da sieht man noch einmal die Schraffur, um ordentlich von der Lautstärketaste zu unterscheiden. Und letzten Endes gibt es jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer, dass hier noch einmal ganz genauer gesehen werden kann. Links haben wir eine Benachrichtigungs-LED. Dann kommt die Frontkamera, die zwischen normaler Auflösung, hoher Auflösung und Ultra Pixel hin und her wechseln kann. Wir haben natürlich Licht- und Annäherungssensoren und die Hörmuschel mit integriertem Lautsprecher. Außerdem ein genauer Blick auf das zweite Display, in dem können wir dann unterschiedliche Dinge sehen. Zum Beispiel können wir uns die nächsten Kalendereintrag dort raushauen oder da reinstecken. Verschiedene Apps noch dazu und so weiter. Außerdem kommt noch ein HTC Sense Companion dabei oder dazu, Verzeihung, eine künstliche Intelligenz. Wann das aber wirklich hier auftaucht, das kann ich euch noch nicht sagen. Okay, zu guter Letzt wollen wir uns noch die wichtigsten technischen Daten mal anschauen. Und dann kann ich euch sagen, dass es auf jeden Fall ein sehr interessantes Gerät ist, das wir uns in den nächsten Tagen und Wochen auf jeden Fall noch einmal genauer anschauen werden. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob das die Rettung für HTC ist oder eben nicht. Ich weiß noch nicht, was zum MWC kommt, aber das soll es gewesen sein von mir, diesem Video und dem Unboxing. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.